Hallo und herzlich willkommen bei KryptoTV. In diesem Videobeitrag möchte ich euch meine Analyse zu diesem angeblich alten Film aus dem Geheimarchiv der Nazis zeigen, das den Projektnamen die Glocke erhalten haben soll. Ich kann mit dieser Analyse nicht festlegen, ob das gesamte Glocke-Projekt ein medialer Schwindel ist, da im Internet und Büchern viele bemerkenswerte Indizien zu finden sind, wo das Dritte Reich womöglich Experimente zur Antigravitation machte, die sie dann in ihren Flugscheiben mit den Namen Frill und Haunebu eingebaut hatten und mit den bekannten UFOs gleichzusetzen sind. Man glaubt auch, dass im Projekt Paperclip dann in Amerika dieses Projekt weiter betrieben wurde. Zuvor möchte ich kurz umreißen, um was es sich bei der Glocke im Allgemeinen handelt. Für umfangreichere Informationen empfehle ich euch, selbstständig im Netz nachzuforschen. Also, die Glocke, im Englischen auch Nazibel, ist ein angebliches Nazi-Wunderwaffen-Projekt, welches eine glockenförmige, auf Basis von Antigravitation funktionierenden Flugmaschine darstellt. Es soll nahe Ludwigsdorf, heute Ludwikowice-Glotzki, also eine Ortschaft in Polen, erprobt worden sein. Bitte entschuldigt, wenn ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Das Projekt wurde durch den polnischen Journalisten Igor Witkowski mit seinem Buch Bravda o Wunderwaffe 2000 und in 2003 ins Englische übersetzt, als The True About the Wunderwaffe bekannt gemacht. In diesem bezieht sich Witkowski auf ein Verhörprotokoll der SS-Gruppenführers Jakob Sporenberg, welches Witkowski durch einen Mitarbeiter des polnischen Geheimdienstes erhalten haben soll. Von dem er allerdings nur eine Abschrift machen durfte. Kritiker bemängeln, dass Witkowski bis heute die einzige Quelle für jedes Wissen über die angebliche Glocke ist. Die Glocke wurde oft mit dem Keksberg-UFO-Vorfall im Jahre 1965 in Verbindung gebracht. Da gibt es auch viele Videodokumentationen im Netz zu finden. Jetzt habe ich mal dieses Video Frame für Frame angesehen und dabei die Staubflecken beobachtet. Und dabei ist mir aufgefallen, dass sich einige Staubflecken immer wieder an derselben Stelle wiederholen. Ja sogar mehrere Staubflecken zugleich in Wiederholung zu sehen sind. Und dies ist meiner Meinung nach nicht möglich. Was denkt ihr? Täusche ich mich hier? Oder werden mit diesem Video UFO-Anhänger getäuscht? Will man mit diesem Film eine Unwahrheit als ein echtes Ereignis deklarieren? Oder hat man dieses Video gemacht, um vorsätzlich eine wahre Begebenheit als falsch zu verkaufen? So dass die Wahrheit mit Falschinformationen deformiert wird. Indem sie hoffen, dass zum Beispiel wie ich dahinter komme, dass dieser Film eine Fälschung ist und nun euch hier zeige. Ich will hier nicht neutral mit meiner Meinung außen vor bleiben und denke, dass da sicher etwas dran sein kann. Und so fände ich es sehr schade, wenn durch diesen Film diese Angelegenheit ins Unseriöse verfällt. Doch wohl gesagt, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, dass dieses Ereignis wahr ist, aber die Indizien sind doch sehr bemerkenswert. Nun, ich würde mich auf eure Kommentare hier auf YouTube freuen. Aber ich bitte euch nicht beleidigen dabei zu werden. Denn diese Kommentare werde ich sofort löschen. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Namaste, meine Lieben. Vielen Dank. Vielen Dank.